Plötzliche Trennung, alles aus bei Aurelio Savina und Lisa Sie hatten so große Pläne für die Zukunft. Aurelio Savina, 40, und Lisa Freidinger, 29, waren zwei Jahre lang ein Paar und begeisterten die Zuschauer 2017 in das Sommerhaus der Stars. Im vergangenen September gaben die beiden ihre Verlobung bekannt. Vor sechs Monaten eröffneten der frühere Bachelorette Kandidat und seine Liebste sogar in München gemeinsam ein Restaurant. Doch jetzt liefern sie traurige Nachrichten, Aurelio und sind nicht mehr zusammen. Auf ihrem Instagram-Account bestätigt die 29-Jährige das Liebes aus, Aurelio und ich haben uns getrennt. Warum, wieso und weshalb spielt keine Rolle. Fakt ist, wir trennen uns in lieber und tiefstem gegenseitigen Respekt. Sie wolle sich nicht ausführlich zum Thema äußern oder eine Tragödie aus dem Ende machen. Aber es wäre einfach nicht fair zu warten, bis die Presse euch diese Mitteilung überbringt, erklärt. Ihr Ex-Verlobter hat sich mit den gleichen Zeilen zu Wort gemeldet. Die Teilnahme an der TV-Sendung Das Sommerhaus der Stars scheint für die bisherigen Kandidaten kein gutes Omen zu sein. Die Beziehungen von Nico Schwanz, 40, und Saskia Azat, 26, Helena Fürst, 44, und Ernestumund E. mit Graves, 43, Annelina Heger, 26, und Rocco Stark, 32, Xenia Prinzessin von Sachsen, 31, und, 28, zerbrachen alle nach der Show. Untertitelung des ZDF, 2020